Hallo zusammen! Sag mal Hallo zusammen! Hallo! Hey, wir sind hier bei Zürich singt. Hey Brann! Wir sind am Üben und machen uns bereit für euch. Für das Volkshaus. 30. November. Sind ihr bereit? Ja! Liebe Grüße und liebe Küsse auch von den Eltern. Vollkuss sind ihr da. We love your support und bis bald!